hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von 20 24 ich weiß ich solche richtung bekommen sind es paar tage her ah ja wir sind aus der richtung gekommen ok da liegen die leichen ja man kann sich ja auch mal verlaufen wer kennt das nicht ist die jemand hier kommt die sind mit meinem weg ich will euch um wenn ich es muss nur ein fool lets himself get surrounded Siebär... Ohrringe, okay. Oh, nichts Besonderes. Wer meint, höre. Okay, das nehme ich mit. Zum Pfeil auch noch aufnehmen? Okay. Gut. Hier entlang. Leuchten im Pilze. Es ist so dunkel. Wenn man sie braucht, macht sie kann nicht. Gold. Spitzangst. Gut. Wir können hacken. Muss auch sein. Ja. Sehr schön. Rollen des Feuerballs. Eisen sind zu verdrängt. Mit der Welt mag ich. Okay. Ist hier schon jemand? Warte, da kommt wer. Warte, da kommt. Ah. 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 Jetzt. Jetzt ist es so. Jetzt ist es fertig. Jetzt ist es fertig. Ancient Lord Swat. Können wir ja mal mitnehmen. Okay. Okay. Und da geht's. Ja, ich bin ein bisschen ängstlich. Auf legendär ist kein Zuckerstecken. Und ich habe noch keine guten Waffen. Okay. Ein paar Knochen hier. Da haben wir ein bisschen entlang. Aber wir gehen erstmal runter. Ich glaube, unten war auch noch eine Kiste. Zumindest. Gold. Ja. Da war noch eine Kiste. Und so. Nein. Achso. Ja. Bandana. Und Gold. Bandana. Und schwarz. Ja. Hat doch was. Gleich aus wie. Baby. Oh, mein Kopf arbeitet nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Ähm. Wer ist denn hier? Scheiße. Ich habe wirklich Kopfschmerzen. Ähm. Vom Metal Gear. Solid. Wie heißt denn der noch? Ich habe es vergessen. Snake. Ist der Snake? Ich weiß nicht mehr. Verdammt. Ja. Leider ist es bei mir so, wenn ich Kopfschmerzen habe. Oh Gott. Er schreckt mich nicht so. Ähm. Kriege ich nichts mehr gepacken. Aber ich wollte auch ein bisschen spielen. Ach. Der hat nicht so vor dem Wisschen. Da kommst du. Die sehen auch nichts. Ja. Ist dann. Ja. Ist dann. Gut. Ist dann. Aber gab es da. Ich würde schon sagen, gab es hier auch noch eine Kiste. Da gibt es eine. Danke für dein Licht. So. Gut. Guck ich, dass mir das nicht angezeigt wird. Zum. Knacken. Oder. Öffnen. Ich habe ja nur sieben. Was soll das? Dann so. Einfach reinstecken. So. Aber kompliziert. Weil es auch einfach geht. Okay. Weiter geht's. Genau. Gibt es hier noch Feinde? Ich habe gefragt und um den Sekten gekommen sind. Ah ja. Es gibt noch Feinde. Pssst. Schlecht treffen kann ich gut. Guck. 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 Aber es gibt noch mehr. Ich sag es euch. Guck. Guck. Ich treff das Blöde da nicht. Ich will das nicht luken. Jetzt brauchst du mir das noch nicht anzeigen. Ich verstehe schon. Das nicht gefällt. Kommt noch einer. Ist... ...da. Das nimmt sich um das. Okay. Okay. Er ist gestorben. Im Weißenfall... Das nehme ich mit. Und dann gucke ich mal. Uh, wir müssen... Haben wir zwei Stück von? Acht. Meier macht neun. Also nicht so interessant. Aber vielleicht etwas... Ich gebe euch Deckung. Ah, ich möchte einige Dinge mit euch durch. Ich würde dir gerne... Hast du Bock auf das da? Und hier und... Was? Und dieses und jenes? Und... Was? Und das? Hast du? Sehr gut. Let me know if you need anything. Ne, ich brauche nix. Ist das ein großes Ei? Ne. Okay. Ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Frostresistenz. Da bin ich jetzt runter. Okay. Okay. Gehen wir wieder hoch. Das hat so schön geleuchtet. Deswegen. Aber sonst... Versteckt irgendwas hier. Ja. Hallo? Jemand da? Oh Gott. Mach nicht sowas mit mir. Ich bin immer kurz vorm Herzinfarkt. Gut. Wir haben es geschafft. Gut. Dann wollen wir mal. Das ist die Kloatsche. So. Bär, Mutte, Olle. Fynn mal an. Bär. Noch mal. Dann. Dann Mutte. Noch mal. Und dann noch eine. Genau. Noch mal. Dann. Reinstecken. Kommt. Meine Kinders. Ach, ist es dunkel. Es ist so dunkel. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, die kommt wie eine große Spinne oder so. Ich kann nicht springen. Kommt aber jetzt was raus, oder? Nein. Ich weiß ja nicht. Die Fledermose. Und es ist so dunkel. Kannst du mal Licht machen? Hauptsache sie hat es nicht. Hab ich noch ne Fackel? Na, Taschenampe, äh, Taschenampe. Äh, ne. Ampe und Fackel. Irgendwo gab es noch. Auf der Seite oder auf der anderen Seite? Ist da ne Kiste? Ne. Es gibt da glaube ich eine Kiste. Aber hier gibt es auch eine, das weiß ich. Ja, ja. Hier, wo du... War nicht jetzt eine gegeben? Verdammt. War nicht. Doch, da. Sehr schön. Noch eine? Also, ich hätte auch hier hinter was verstimmt. Ich ganz ehrlich. Gut. Gehen wir wieder rüber. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich würde nicht das Schwert nehmen. Nimm bitte... Fallen hoch und... Verschwinde gleich. Jetzt ist es noch. Da, 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 da. Da, mach. Bringen die Klauen noch. Okay, ciao. Was war das? Na, da. Da, da, da. Ja. Ja. Sunguine, ja, keine Ahnung. Bone Charm. Okay. Hier haben wir Gold. Ja, die haben wir geringen Wiederherstellung. Schwachsgifte Entzünden. Heizanschir. Gut. Hier hätten wir dann noch irgendeinen Getränk. Seelenstein und... Seelenstein und... This book explains how to draw magic from bonecharms to powerbring. Cool, Leute, ich habe sogar... Okay. Aber wahrscheinlich auch zu ner Mut. Nun, denn... Ja, das war's. Mehr gibt es nicht. Ne. Aus, ja. Wir haben's geschafft. Geh jetzt raus. Zähl Himmelsrand. Schluck trinken. Ja, klar, ist ja. Nacht. Hm. Okay. Kommt, Kinders. Es ist dunkel. Es ist nach Hause. Oh Gott. Hoffentlich begegnen wir jetzt niemanden, dem mich begegnen wollen. All I want in life is the city and my fear system. Wo? Was ist da drüben? Hä? Hier? Was hat er denn so gelesen? Geistergeschichten von Tamriel. Oh, der Maler. Okay. Was ist da ein Lager? Hör auch nix für. Den müssen wir ja auch noch holen. Ist da jemand? Da ist das. Ach, ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Schwer... I love you... Wait, let's go! Did you pick Momagash? There you are! There you are! He died! I'm gonna die! Come on! Come on! You've taken your last Oh Gott. Viel Spaß. Pff, den schaffen wir nicht. Ja, gut. Hat mal jemand Feuerpfeile? Ja, ich bin weg. Pff, pff, pff. Pff. Hey du, ich bin nicht fertig mit dir. Hau nicht ab. Dreh mir nicht den Rücken zu. Große Klappe. Wenn ich wenigstens auch treffen will... Ich schieße... Also vielleicht bist du froh. Ich muss so schießen. Vielleicht gibt es ein bisschen... Ich schieße mal an ihm. Ich schieße mal an ihm. Ich schieße mal an ihm. Sie lenkt auch, was picks möchte laufen. Das ist so. Kannst nicht schwimmen, ne? Das ist ein Schwachschwimmer. Das bringt mich gut ab. Nein, überhaupt kein Schaf. Vielleicht was mit Feuer oder so. Das könnte ja zu Stunden weitergehen. Die sterben alle noch wegen mir. Oh, guck. Dann haben wir die Arme aus. für euch. Hallo. Ah, das ist so spannend. Ich glaube, ich habe keine Falle mehr. Keine Falle mehr? Ja, dann gut, tschüss, was gut. Du hast Glück, ich habe keine Falle mehr. Das nächste Mal sehen wir uns wieder. Sprachschildratte weg. Abbrechen. Ja, kommt jetzt. Nein, ihr werdet schon kommen. Ich habe keine Falle mehr. Ja. Neda, die Fackel brauchst du jetzt auch nicht mehr. Was denn? Geben wir mal... ...den guten... Ah, sind sie ja. Na? Spaß gehabt? Los. Nein, Quatsch. Bitte ausmachen. Es wird ja Tag. Sehr schön. Haben wir das geschafft. Was wir schaffen wollten. Dann geben wir jetzt die Klaue ab. Gehen kurz zu mir nach Hause. In unser Haus. Ähm... Da. So. Zeig diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Daher. Ihr habt sie gefunden. Ja. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Sehr schön. Ich habe gesehen, wie ihr das gestohlen habt. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist... Ihr und ich. Wir sind hier die einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Okay, was haben wir zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Okay. Ich muss halt darauf achten, dass ich... Was kannst du haben? Pssst. 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 Ich muss mal gucken, wegen irgendeinem Mod besteht nicht richtig installiert. Von wegen Third Person. Keine Ahnung, muss ich mal schauen, warum sich das verabschiedet hat. Oder gibt es das hier in Configuration? Ja, allgemein. Aber wieso funktioniert es nicht, wenn es aktiviert ist? Was soll das heißt? Aktiviert die Filter auch, damit es werden soll, wenn die eigentliche WTPS sei. Also, zum Beispiel standen ein bisschen in der Ego passen. Ich will kein Ego. Third Person. Third Person. No Ego. Third Person, please. Wissenschaftler. Das ist dieses Thema. Das heißt, ich will nicht mehr. Ganz die Ego. Tестiert die Ego. Undetected, activate most of you, if activation will be in the crowd. Ach, keine Ahnung. Debug, Debug Ray Traces. What took me a lot of filters? That's another one. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. What can I say? Aha. Der Ur-Hot-Kompatibilität. Diese Option aktiv ist, wenn die Vesemore-Hot-Elemente dynamisch zum Interaktionstext-Switches bewegt. Ja, ja, ich verstehe den Bahnhof. Okay. Ja, irgendwie. Ich würde das nicht so richtig finden. Zum Beispiel hier Blumen pflanzen. Äh, nicht pflanzen, aber Blumen pflücken. Das wird mir gar nicht mehr angezeigt. Ah, vielleicht gab es ein Update. Das kann natürlich auch sein. Ja, fester treiben. Warum? Wölfe. Ich glaube, wir gehen jetzt mal nach Hause. Unser Hain. Sag ich euch da mal, ähm, ja. Also hier muss er auch aufpassen mit meinem starken Wind. Hab ich was gesagt? Okay. Rinder. Ah. Oder ist auflegen der so, dass man das nicht sieht? Es werde nicht. Ja. Ja. Hier ist unsere Kochstation. Ich mag dieses Haus. Ja, das wird es tun. Ähm, Avienna, warum seid ihr denn nackt? Ist es nicht möglich? Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Ich bin nicht mit deinen Verhältnissen. Es ist nur natürlich. Entschuldigung. Ich glaube, es ist nicht so common in diesem Land. Gut. Wow. Und das ist auch von dem Macher von Skyland. Von SkyClean. Bis dahin. Ah. Wir können die Probe aktivieren. Habe ich denn etwas? Besser. Okay, das kann ich jetzt mal anziehen. Kann ich die Probe aktivieren? Hier eine Kiste, wo natürlich nichts drin ist, aber unser Bett ist hier. Sehr schön, sehr schön. Er ist gerade auch wieder am Morgen ein Ort. Kleines Dörfchen oder so. Hier auch, drei Betten. Dieb der Tugend. Und, ähm... Ja, ich weiß nur nicht, ob ich die Mod nehmen kann, dass ich mir das Spiel zerstöre. Gut, waren wir da, haben wir gesehen. Man kann auch weiter ausbauen, irgendwie. Ich muss auch mal reingehen. Konnte man es nicht noch weiter ausbauen? Gibt es irgendwo ein Buch, eine Fiedel dazu? Hier. Backgarden, Kammerbaum, Bacconium, Blacksmith, Arie Mill, Firepitch, Stormbridge, Armory. Kostet immer... To add or remove. Okay. Gut, so ist es. Denn, ihr Lieben, ihr wisst, was jetzt kommt, ich beende den Part. Ich bedanke mich für's Zusehen. Daumen hoch. Kommentaren. Tipps und Tricks, wie immer, würde ich mich sehr drüber freuen. Und, wie geht es in dem nächsten Part weiter? So. Jetzt haben wir ein paar Fotos gemacht. Bis dahin. Adios. Tschüss. Tschüss.